Willkommen zurück zu Okami, zu Let's Play Okami meine Freunde. Wir sind hier im wunderschönen Hanna-Tal, das wir letztes Mal wieder hergestellt haben, alle Kirschbäume zum Blühen gebracht haben und so weiter. Und wir kehren jetzt zurück ins Shinchufeld, weil wir erinnern uns, da war ja auch noch einer dieser Welchdachspröße, die wieder hergestellt werden müssen. Ja, und ich hab grad beim Laden geschafft, oh, ok, das ist eine neue Pinseltechnik. Jetzt, Amy, bevor du ganz aufgeregt wirst, vergisst du, was du tun und vergisst, was du tun hast, habe ich einen wichtigen Tipp für dich. Bist du bereit? Ok, dann, wenn du jemals vergisst, was als nächstes zu tun ist, drücke einfach Kreuz um oder Plus, um das Fächermenü zu öffnen. Guck dir dann das Logbuch an, dort wirst du dein Journal finden. Ja, Journal. Dein Journal enthält Aufzeichnung aller wichtigen Dialoge, die du gehört hast. Es zeigt alle wichtigen Informationen, die du im pelzigen Kopf hast. Hol dir einfach die Infos, wie ich es dir erklärte. Ja, ich tun. Und du wirst dich immer an alle wichtigen Dinge erinnern. Ja, dein Abenteuer wird um einiges leichter, wenn du immer daran erinnerst. Gott, also merkt ihr, also merkt ihr eins nach dem anderen. Ok, lass uns anfangen, jo. Aha, ok, diesmal ist er vielleicht hier stehen, letztes Mal. Ich habe schon mal ein bisschen weiter gespielt, um einen anderen Spielstand. Da war, da ist er hier weg gewesen auf ehemal. Schon komisch, es scheint alles, es scheint als sei der Fluss auf einmal wieder sauber. Ich habe Susanne vor kurzer Zeit hier vorbeiflitzen sehen. Aber er war es bestimmt nicht, denn der Fluss, der den Fluss wieder sauber macht, oder? Ja, da hast du recht. Nee, das würde keinen Sinn machen. Vielleicht nicht, nee. Letztes Mal war er gleich wieder bei dem Holzhacken hier. Na gut. Waren wir eigentlich schon im Inneren des Hauses? Ja, der Fluss ist fast leer, ok. Ah, ein paar Rüben. Ja, das gibt jetzt, man braucht Weißkuh, ach, die hatten wir noch gar nicht, ok. Faseriges Gemüse. Wie gesagt, der Magen ist jetzt voll, entschuldigt mal einen Augenblick. Krabbel in den Controller stecken. Na, ok. Aber es lohnt sich trotzdem, weil es halt Geld bringt. Ja, kein, nichts besonderes hier in seinem Haus, hier kann man den Holzklotz, man kann hier hoch, aber wie gesagt hier ist nichts besonderes in seinem Haus. Sein Kochherd hier, und ja, ja, hackt für sein Leben gern Holz scheinbar. Gut, er braucht auch viel, aber dazu kommen wir noch. Geht das jetzt eigentlich schon? Nee. Eigentlich muss ich erst, äh, genau den Baum wiederherstellen. Aber einfach Kämpfe können nicht schaden. Ja, ich habe gerade, als ich das Spiel geladen habe, wie es mir nicht viel war, Ladebildschirm gemacht und ich habe tatsächlich genug Fußstapfen machen können, dass ich tatsächlich eine Zahnung bekommen habe dafür. Ja, da lohnt sich durchaus nicht zu sammeln. Was? 0 Yen? Hä? What the heck? Wie soll ich jetzt kein Geld gekriegt? Ja, man kann mit Sprung und Dash hier ein bisschen weiter springen. Knut. Goh Mannos 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 Nein Ja, wie ihr seht, hier ist jetzt das Fenster auf. Hier kann man halt jetzt entfliehen. Aber das wollen wir nicht, wir brauchen das Geld. So, noch ein Zahn. Oh, wir haben zu lange gebraucht. Hä? Okay. Wir haben jetzt schon 35 dieser Dämonen-Szene. Ja. Kann man das eigentlich auch? Ne, die zeigen sie nicht an. Okay. Das ist perfekt, sehr schön. So, okay, dann werden wir jetzt mal erstmal den Wächtersprüche wieder herstellen. Gucken wir mal, wie wir eine Sequenz jetzt. Der Flug wird aufgehoben, das Schienenschuhfeld wird wieder grün. Tieren und Pflanzen erscheinen und so weiter. Wasser ist wieder sauber. Ja, das sind wirklich wunderschöne Sequenzen, die sie hier gemacht haben. Ich finde, das ganze Spiel ist wirklich eher ein Kunstwerk als ein Videospiel, nicht wahr? Ja. Alles so wunderschön gezeichnet und ja, Ladebildschirm. So. Die Sequenz geht noch etwas weiter. Oh, diese schrecklich verfluchte Zone ist komplett verschwunden. Die Pflanzen und Tiere sind wieder zurück. Und diese angenehm frische Brise. Nun, das nenne ich mal eine göttliche Intervention. Eine große göttliche Intervention. Wenn du weiter so den bösen Fluch brichst, dann würde ich wetten, dass dir die Götter der Natur ihre Kräfte leihen. Ja, möglich. Und wir sehen hinten in Kamiki. Das ist Sakujas Baum wieder etwas größer geworden und hat Blätter ausgetrieben. Ey, das ist Sakujas Baum oder etwa nicht? Vielleicht hat sie das aufgemuntert, weil da ein Wächterspröschling wiederbelebt hat. Weil du ein Wächterspröschling wiederbelebt hast. Nun, wir können ja später mal bei ihr vorbeischauen gehen. Ich habe hier gerade einen guten Lauf. Gires, wenn wir uns zuerst auf dem Schienschuhfeld umsehen. Du bist 100 Jahre lang weg gewesen. Bestimmt ein schöner Lauf durch diese Gegend hier wird dir gut tun. Jaisun. Jaisun. Hast du völlig recht. Ja, wir können jetzt noch nicht zurückgehen, auch wenn wir es wollten. Ja, eine weitere Schriftrolle. Logbuch. Ja, der Reise will ja wieder eine Schriftrolle aus Kämpfen fliehen. Da kann man halt diese Löcher kaputt machen. Und da kann man halt die Kämpfe wieder verlangen, wenn man sie will. Aber wie gesagt, es ist sinnvoller zu kämpfen wegen dem Geld. Wie gesagt, die meisten gehen halt nicht so hart. Reise im Jahr haben wir ja schon einen gefunden letztes Mal. Den werden wir hier auch brauchen. Und hier, er ist jetzt auch wieder da. Er ist auch ein Händler natürlich. Und jetzt werden wir erstmal den Typen hier weg machen, damit er nicht stört. Das wird diesen Schlag nach der... Nach dem Besiegen ist auch ein Grund, wo ich später zu kommen. Warum ich eine bestimmte Waffe eher als sekundäre Waffe benutzen werde. Aber da kommen wir dazu, wenn wir die Waffe erhalten. Ja mein, perfekt. So. Und hier, ja seht ihr, hier haben wir wieder solche... So eine Zone. Die wir wieder herstellen können. Oh, da werden wir gleich mal die... Schweinchen füttern. Die kriegen Samen. Ne, die achten nicht so hoch. Ja. Achso, ich habe gar keinen Samen dabei. Dann werden wir doch erstmal kurz einkaufen. Dann werden wir auch die Tiere wirklich füttern können. Ja, gut. Das muss ich jetzt nicht vorlesen. Ich würde hier labern. Mit Eikau geschickt wurden sie. Ja. Ja, er sagt jetzt, dass er halt die Schätze aufkauft. Schätze. Hm. Hast du sowas schon gefunden, Amy? Wenn ja, dann solltest du es einfach verkaufen. Ich meine... Ich meine, was willst du zu einem Zeug? Ja, genau. Es ist hart, schwer zu arbeiten, das Zeug wieder zu verkaufen. Aber keine Sorge, alle Schätze, die du gesammelt hast, werden im Fächer-Menü erfasst. Ja, genau. Darauf verkaufe ich sie ja natürlich auch alle. Aber was mögst du? Willst du mit mir handeln? Ja, ich will mit dir handeln. Wenn du endlich auch fährst zu labern. Ja, ich habe ja gesagt, also ähm... Kaufen... Ich nehme mal... Ich nehme mal 10 Stück gleich. Wenn ich ein bisschen was habe, dann gebe ich auch nochmal 5 dazu. fleisch nummer drei so nein so ja warum schweine hier unbedingt sammen haben wollen bin ich mir nicht sicher normal wie ihr alle wisst fressen schwein eigentlich auch alles ja es gibt man noch mal 15 erfahrung sehr schön 85 momentan aber gucken über 100 mindestens okay so hier ist noch ein gegner die wir auch besiegen bist aber doch hat noch erreicht alle anderen na gut, bin ich in einen hier perfekter Kampf und hier wow was ist denn mit diesem alten Tor los mir gefällt nicht wie es aussieht es ist einfach mit bösen Kräften im Bunde, ich fühle es nun da du ein Gott bist und so können wir das nicht ignorieren, nun was denkst du mit meiner pelzige Freundin, gehen wir nun da durch oder was, selbstverständlich gehen wir da durch das sind auch Feinde, aber hier sind mehr und etwas stärkere drin und ja wie ihr seht, da kommen auch noch neue da kommt noch einer Zahn oh ja wir haben hier die den vollen Schutzschritt ja noch mal zwei von diesen Typen Tinte alle und wenn die Tinte alle ist, dann verlieren wir alles auch unsere Waffe und auch dafür gibt es natürlich später Abhilfe ja war nicht so gut, ne gut naja nicht so wild aber dazu später noch ja aber trotzdem noch ein perfekter Kampf sehr schön 1600 ja wenn wir diese Tore oder Tore Dämonentore das ist es das ist es also diese Dinger sind Zugänge zu Monsterhöhlen ich habe es von solchen Toren schon mal gehört sie werden Teufelstore genannt diese Monster haben ganz schön mumm solche Dinger hier zu bauen na haben wir noch Freunde paar Minuten können wir noch ein bisschen was erledigen hier erscheint halt eine Truhe als Belohnung und ja hier hatten wir da hatten wir unsere erste Vergeltung Papier mit heiliger Darstellung lenkt zeitweise Angebar ab also in anderen Worten das macht uns für Gewissheit unverwundbar was durchaus hilfreich sein kann aber noch sind die Gegner zu schwach als dass wir sowas schon brauchen verdammt aber ich habe noch gereicht oder ja ich habe den Zahn gekriegt ja er hat mich natürlich wieder getroffen der Arsch naja aber wie gesagt wir haben ja unsere Schild unsere Göttlichkeit das lucht doch wahrscheinlich immer zu viel oder nein okay unsere Göttlichkeit da ist nicht so schlimm finde ich eigentlich ganz interessant dass sie das so gemacht haben dass man wirklich im günstigsten Falle mehrere Treffer Eichecker bevor das wirklich negative Auswirkungen hat das Spiel hier auch das Kampfergebnis spielt ja auch eine Rolle es gibt ja zum Beispiel die Trophäe für einmal perfekt so ein Kampf perfekt abgenommen gibt es die Trophäe aber wie gesagt ist relativ simpel haben wir ja schon sehr oft gehabt hier können wir jetzt Pferdchen füttern die wollen Grünfutter also die 93 so hier aber ein weiteres Teufelstor das wir auch natürlich hier haben wir diesen Trommler drin Trommelteufel den sogenannten Gelben Teufel ja wir müssen versuchen hinter ihn da rauszukommen ja na gut wie gesagt wenn er mit seiner trommel da diesen feuerschuss macht ist es relativ schwierig dem auszuweichen aber ja ich habe ja schon mal gesagt hier diese gegner die ganzen teufel erzählt für alle arten es gibt noch eine weitere teufelsart aber es dauert noch eine weile bis wir die kennenlernen die werden alle mit dem kopf streich besiegt es gibt nachher andere gegnerarten und noch er hat die kämpfe den tori in den toren teufels toren und er war okay das weiß nicht so gut oder kann ich ihnen einmal dass er verwirrt ist er kann ich sehr schön ja da kommen wir gleich zu ok diesmal habe ich ihn erwischt ja der kann wohl wahrscheinlich etwas lange dauert haben oder ja da haben wir nur diesen ganz kleinen setzling ich glaube es gibt gerade einen noch kleineren wo nur so ein ganz kleiner setzling rauskommt oder so ich bin mir nicht ganz sicher ja es ist schon drei eigentlich unmöglich alle kämpfe beim ersten spielgang zumindestens was für ein protziges schild das hier ist ein dojo das ist richtig hier kommen die leute hierher kommen die leute um schwertkampf und kampfkunst zu lernen aber wenn wer weiß ob sie dich hier trainieren werden sie werden die soon vielleicht wenn du eine gute wölfeln bist dann bringt man dir hier ein oder zwei tricks bei ja das ist korrekt und deswegen sind wir hier hier haben wir hausschweine die wildschweine hatten wir schon hier haben wir hausschweine ja jetzt haben wir 117 wenn wir nochmal nochmal wer nochmal die tinte erweitern so ja jetzt haben wir hier einmal schweine hausschweine und die pferdchen diese tiere rennen wie der wind und fressen grün oder herr hier steht diese hausschweine am liebsten samen so hier haben wir einen brennenden laubhaufen der brennt für immer also wir können ihn zwar sicher später löschen aber das dauert noch eine weile verbraucht kartoffeln trockene trocknen aber mit geschmack gefüllt aber mit trocken aber mit geschmack füllt den magen wenig verbraucht mohrrübe ja mohrrübe karotte wir sagen karotte wurzel randvoll mit oder möhren hier nennen sie auch bei uns nennt man sie auch möhren wurzel randvoll mit nährstoffen füllt die magen wenig china kohl und hier seht ihr wieder diesen gluppel nachts würde hier wieder ein leuchten sein hier ist eine truhe und da ist eine perle drin und jetzt werden wir mal noch den dojo meister hier besuchen und das ist denn das letzte dieser folge dann ist sie vorbei unigiri sensei nun ja wie spricht man denn nun was haben wir denn hier es sieht aus als ob ich einen wunderbaren wölfischen besucher hätte mein name ist unigiri sensei das hier ist mein dojo kämpfender meister unigiri sensei was für ein anliegen könnte ein wolf wie du in einem dojo wie diesem haben bestimmt bist du nicht hier um die kunst des kampfes und das wenigstens auf das innigste zu studieren ein ja wollen wir hahaha mir gefällt deine einstellung mein pelziger freund ich würde gerne meine zeit damit verbringen mit dir zu spielen aber ich befürchte hier ist das viel zu gefährlich für kreaturen wie dich es sei denn natürlich dass du die trängebühr bezahlen kannst eop money makes the world the world go round also Geld regiert die Welt wir können vorerst vier Techniken lernen diese noch nicht weil wir die Waffe noch nicht dazu haben und diese einfach noch nicht weil wir wie ihr seht 100.000 Yen also wir müssten mindestens einmal die Börse erweitern es gibt eine Erweiterung oder eine andere Version dieser Technik und die wird 2 Millionen kosten das teuerste was man in diesem Spiel kaufen kann 2 Millionen und das wird wirklich dauern das Geld zusammen zu bringen könnt ihr mir glauben Freunde aber natürlich werden wir das tun wir wollen wir wollen zuerst ausweichen kostet 10.000 dann kann ich mir die andere kann ich mir gar nicht mehr leisten ich glaube mich tritt ein Pferd du hast das Geld oder ich verstehe ich schätze ich habe keine Wahl ich werde dir deinen Wunsch erfüllen aber nicht der Denk rhymes der Unigiri Sensei der Mann ohne Halswirbel er kann sein Kopf drehen und auch ein Bart wird eine ferkt eine fetzige Frisur Bis zum Metalldrauch vorbereitet Dich der ultimativen Herausforderung zu stellen Tritt ein Und wir werden dich testen Ja Der Typ ist einfach cool Plan Dann lass uns mit dem Training beginnen Wir werden dir die Göttertechnik ausweichend trainieren Nimm dir diese Tipps zu Herzen Erinnere dich daran Während wir trainieren Ausweichend Göttertechnik Tipps Drücke R2 Schnell und ohne zu zögern So kannst du schnell Angriffen ausweichen Du bewegst dich dabei In die Richtung in die du Den linken Stick drückst Du kannst sofort nach einem Sprung In den Sprint übergehen Nutze Erzweihung Schnell vor Gefahren Weg zu springen Nun Alles verstanden? Ja Während Ich gewähre dir diese Technik Schriftrolle Lies sie Wenn du vergessen hast Was es heißt ein Krieger zu sein Gehalten Technik Schriftrolle Diese Technik Kann man nur von den Besten Gewehr Ist richtig Es ist nichts Dass man einfach so lernen könnte Du musst die Vorausgesetzten Fähigkeiten haben Trainiere bis deine Muskelschmerzen Und dann trainieren Und dann trainieren auch mehr Ja Ja der Typ Also wir können jetzt ausweichen Was sehr hilfreich ist natürlich Wenn wir weiter laufen Und rennen sie gleich schneller Ja mehr brauchen wir ja im Moment nicht machen Du hast wohl genug was Hör zu Wolf Erfahrung Wenn einer Fähigkeit zu gewinnen ist Wünschenswert Aber du darfst nie Den Willen zur Selbstverbesserung verlieren Ich bete Dass du das nie vergisst Habt ihr nicht gereicht Verdammt Ups Ja ich will mal gucken ich will mal gucken du bist also wiedergekommen mein welcher freund bist du kommen um deine fähigkeit zu verbessern ja bin ich aber wir brauchen noch geld wir brauchen noch geld bei die werde auch noch machen die gibt uns die war die ganze kommen um 1 was natürlich sehr gut ist aber da wären wir noch ein paar typen besiegen aber das ist nicht so schlimm wird kriegen wir in freunde so eine fette handel ja ich denke mal der part ist jetzt lang genug der ist jetzt lang genug ja ich glaube die gebäude betritt erscheinen die gegner wieder ja 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 ihr seht hier tausend jen verdient und einmal jetzt in kampf also die 5000 jen wird kein hindernes darstellen ja die kommen in der tat wieder ja wir sehen hier noch diese schriftrolle und um darauf zurückzukommen von wegen ich habe ja gesagt im ersten durchgang des spiels ist es fast unmöglich schafft alle kämpfe in der perfekten wertung zu absolvieren und zweitens ist es schon eher möglich dass nicht an der belohnung für die 100 perlen weil da bekommt man ohne groß speuer zu wollen da bekommt man eine perlenkette und diese perlenkette hat folgende wirkung wenn man sie anlegt man wird zehnmal stärker als die angewandt zehnmal stärker das heißt praktisch außer die ganzen großen bosch hier ist fast jeder feind mit einem einzigen schlag tot ja hier können wir ein kleblatt ausgraben aber der boden ist zu hart da brauchen wir auch noch etwas anderes eine andere technik dafür aber hier können wir zum beispiel eines ausgraben und hier ist auch noch mal schnell aus hier ist ein holzbär drin ja ich glaube es ist immer das gleiche den schatztruhen drin ich weiß nicht genau aber so ja hier aber auch übrigens noch so eine ja wer so anschauen das hier ist eine wächterstatue aber ich glaube hier war seit jahren keiner mehr sie ist ganz schön in schlechter verfassung sie tut mir irgendwie leid warum lässt du nicht eine opfergabe hier jawoll wir können hier eine opfergabe bringen aber das dauert noch ein bisschen hat mit dem typ da zu tun aber jetzt werden wir in dem part das machen wir wenn es mal man muss im spiel erhalten futtersack fleisch ja wohl brusches fleisch umherstehendig für freite jahre eine möhre äh wir für bestimmte fortschritte im spiel wird der typ da hinten uns was machen und das können wir dann an fünf solcher stadion die im ganzen gebiet versteckt sind äh ja ok hier verabschiede ich mich wieder von euch meine freunde vielen dank fürs zusehen wer mag kann ein like da lassen oder einen kommentar und bis zum nächsten mal bei bei ור wir Walmart ist auch